Irgendwann schien das mit der Idee von Arbeit doch eigentlich ganz einfach, oder? Und heute? Die Digitalisierung stellt unsere gesamte Arbeitswelt auf den Kopf und fordert uns heraus, unser Verständnis von Arbeit komplett neu zu denken. Digitale Kompetenzen werden schon bald essenziell, nahezu für jeden Job und damit zur Grundanforderung jeder persönlichen Vita. Bestehende Berufsbilder werden sich massiv verändern und wachsende technologische Möglichkeiten werden völlig neue Arbeitsfelder schaffen. Doch wie werden uns intelligente Technologien sinnvoll unterstützen? Wie werden sie unser Umfeld verändern und zu unseren Assistenten werden? Wo werden Technologien den Menschen ersetzen? Und wo werden wir unersetzlich bleiben? Wie können Unternehmen gezielt neue Kompetenzen ihrer Mitarbeiter fördern und so jeden Einzelnen beim digitalen Wandel mitnehmen? Wie können sich Unternehmen strukturell auf die neuen Herausforderungen vorbereiten? Brauchen wir überhaupt noch Unternehmen? Und schließlich, wie wird es uns gemeinsam gelingen, eine neue Definition zu finden, was gute Arbeit bedeutet und was uns glücklich macht. Vielleicht sind genau diese Herausforderungen ja der größte Job, der mit dem digitalen Wandel vor uns liegt. Packen wir es an! Seien Sie dabei! Innovation for Jobs. Konferenz zur Zukunft der Arbeit. April 2018. Hasso Plattner Institut Potsdam.